Oh Gott, oh Gott. Bitte nicht stecken bleiben jetzt. Ja, berüchtigt ist schon sehr schwer. Aber auch irgendwie unterhaltsam. Habe ich den Stein nicht gesehen? Bin gleich am Umkippen. Oh Gott. Wohin ging es doch auch. Der ist einfach so zufällig vorbei. Ups. Zufällig vorbeigekommen. Der war gar nicht irgendeine Besatzung von irgendwas. Jetzt war ich aber schneller. Noch einer? Nee. War das der oder war das ein anderer? Vorhin war es ein gelbes Auto, glaube ich. Wundert nur, dass hier niemand ist. Und sein Kumpel. Aha. Das ist wieder so ein Sklavenlager oder was? Komisch. Die sind auf einmal freundlich. Aber sobald ich vor die Tür gehe, wollen sie mir an die Gurgel. Gut. Wir fahren der Sonne entgegen. Ich weiß jetzt nicht genau, was der beste Weg ist. Ich würde sagen, nach rechts abbiegen. Das ist der Weg, wo wir gekommen sind. Die werden natürlich wieder gespawnt sein bei der Brücke. Geht das nach Zeit oder geht das nach Entfernung? Wenn man sich ein bestimmtes Stück entfernt. Oh. Nee, festgefahren. Das geht sich nicht aus. Nee. Und ich kann den nicht schwenken. Ich konnte ihn nicht schwenken. Das habe ich schon kommen sehen. Macht aber nichts. Wir sind ja gleich da. Hier kann ich nicht einfach C drücken wie im Fahrzeug und auf den Geschützturm wechseln. Hier muss ich manuell aussteigen praktisch. Also vom Ruder gehen und... ...die Kanone betätigen mit E. E.W.E.M.E.L.E. So, die sollten jetzt da gleich kommen, oder? Ja, da kommen sie schon. Bring jetzt einen schönen Empfang. Du auch? Und du natürlich. Komisch eigentlich. Vorhin waren es nicht so viel. Es war nicht so viel Verkehr. Bleibst du stehen? Was ist... ...neuerdings? Seit sie merken, ...ich bin schlauer geworden. Ich benutze jetzt öfter... ...den Fluss. Oh, je, je, je. Das waren auch nicht alle. Vorhin war keiner da, nämlich. Hast du gesehen? Meine ganzen Kugeln sind... ...sind... ...am Baum... ...hängen geblieben. Du schaust in die falsche Richtung, mein Feind. Das Gras ist auch so hoch. Man sieht nichts. Genau, das war da. Oh, der Diamantenkoffer... ...am Dach war. Keine Sau. Vorher. Jetzt, alles voll. Mit Rindvieren. Ich muss mich mal... ...um ordentliche Waffen benühen. Das ist ein Zustand. Eine Zumutung. Mehr oder weniger. So, jetzt nach links. Und dann sind wir bald da. Ja, da kommen wir wieder an dem da vorbei. Genau, das ist dasselbe wie vorher. Und jetzt sind alle wieder neu. Und oben. Und unten. Und überall. Okay, die sind völlig neu gespawnt. Dachte vielleicht nur ein oder zwei. Aber die gesamte Rasselbande. Ja, das wird blöd, weil... Das wird saublöd. Weil, um die auszuschalten... ...entweder ich fahre vorbei, schnell. Da oben ist auch einer. Sieht mich der? Der fährt ein bisschen langsam. Ich glaube, der hat mich gespottet. Soll ich es versuchen, einfach durchzufahren? Schau, der fährt auf und ab. Versuch mal. Nee, ich glaube, das geht nicht. Schau. Wann kleiner hat es als mir? Nee, das geht nicht. Aber ein Versuch war es wert. Ja, hilft nix. Ich muss hier an Land. Und... ...das Feld von hinten aufrollen. Lass mich raus. Ein bisschen zu... ...schnell spawnen sie wieder. Ich meine, grundsätzlich hätte ich nichts dagegen, aber... Ich war vor fünf Minuten hier. Das ist... ...zu früh. Und das... ...stealth-System... ...funktioniert ja auch nicht wirklich... ...optimal. Also das Problem. Das heißt, so richtig durchschleichen... ...is ja auch nicht. Das war der zufällige Tourist. Oh, scheiße. Jetzt am falschen Zeitpunkt. Malaria. Oh, ja. Das ist wirklich... ...wirklich der falsche Zeitpunkt gewesen. Wo? Da? Oh, rent. Arsch. Der lebt noch. Oh, fuck. Oioioi. Wahnsinn. Jetzt zu. Sodom und Gomorra. Sag ich nur. Ich brauche hier wieder Munition. Ich habe wieder alles verschossen. Alles. Da sind natürlich noch welche. Hm. Ja, geh rüber zum Fass. Ja, ja, genau. Weiter. Ein paar Schritte noch. Es geht schon. Jawohl. Geht doch. Oh, da kommt einer mit dem Schienackel. Zwei gleich. Oh. Das ist, wenn er ins Wasser fällt. Seuft er dann gleich ab, oder? Hat er noch Zeit? Land zu schwimmen. Irgendwas höre ich. Ist das nur die Musik? So, hier werde ich speichern und mich ausruhen. Das war heftig, sage ich euch. Heftig. Heftig schlumpf. Mäßig. So, ich schwimme darüber. Weil. Munition. Da ist auch einer gestorben. Den hat es völlig zerrissen. Nichts übrig geblieben. Nicht mal sein Hut. Ui, 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 ui. Was ist denn das für ein Vieh? Ein Rindvieh wahrscheinlich. So, nehmen wir das rauchende Boot. Besser wie der rauchende Colt. Das raucht ja gar nicht. So, wie viel Lager noch? Bis wir endlich am Ziel sind. Hoffentlich keine zufälligen Begegnungen der dritten Art. Touristenboote mit Sturmgewehren. Oder eine Kaffeefahrt mit ein paar Großmüttern an Bord. Mit Raketenwerfern natürlich. Ist klar. Welche Großmutter hat keinen Raketenwerfer? Heutzutage. Weit ist es nicht mehr. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja, irgendwas war da noch. Irgendein. Ich kann mich erinnern. Irgendein Camp war noch. Oh, jetzt wird es auf einmal hell. Warte jetzt, wenn ich es nicht brauchen kann. Wäre da vielleicht Munition gewesen? Na, wurscht. Beim Mike's Park können wir ohnehin aufstocken. Oh, nein, 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 nein. Das steuert sich natürlich etwas schwammig. Es darf sich auch schwammig steuern, weil wir sind ja im Wasser. Manche Rennspiele steuern sich genauso schwammig, aber da sind wir nicht im Wasser. Wofür dazu? So, da ist die Schneise. Hier ist es eng und feucht. Meine Lieblingsaggregat-Zustände sind das eng und feucht. Hier legen wir wieder an, wie die Profis. Wow. Schau dir das an, wie ein Profi. Gott sei Dank ist hier nie wer. Frag mich, wieso. Wir sitzen in der Bar und saufen immer. Ich werde mal aufstocken. Neue Waffe und so. Frisch, alles frisch. Ja. Da füllt sie mir auch gleich meine Muni auf. Praktisch. Ja, ich würde gerne neu kaufen, aber man lässt mich nicht. Hätte auch nicht genug Diamanten, glaube ich. So, was steht denn jetzt? Einsatzbesprechung. Oh. Okay. Oh, hey. Die steht schon wieder auf der Bank. Ah, le chère. Ja, bidet. Bisous. Das ist alles. Danke. Bück dich wenigstens. Was schuldest du mir? Einen Laptance. Ruf gesteigert. Oh. Der Ruf zu den Waffen. Und zu den Brösten. Und was weiß ich noch. Hey. Den umschwirren die Fliegen. Pfui. Ja, das war eine schwierige Mission. Jetzt bin ich praktisch frei. Ich würde gern dem die Bänder geben, aber jetzt ist Tag und er ist immer noch nicht da. Kann mir einer verraten, wo der ist? Steht das irgendwo? Schakalbänder. Da. Muss man seinen Geist brechen? Muss man R brechen? Ja, das kann schon sein, aber wie gebe ich ihm die Bänder oder muss ich ihm die gar nicht geben? Die AK-47 habe ich gar nicht aufgerüstet. Oh. Ich dachte. Legende. Da haben wir die ganzen Sachen. Ja. Fachposten. Versteck. Hm. Das ist mir schon klar. Ja, ich würde sagen, wir nehmen die nächste Mission. Was? Hast du eine Mission? Auch nicht. Die hier hat keine Mission. Niemand? Ja, wieso nicht? Eine Waffenladen-Mission. Die will ich nicht machen. Ich will eine Story-Mission. Gibt's heute nicht. Heute ist Feierabend. Wahrscheinlich muss ich eine andere machen dazwischen. So einfach ist das nicht. Oh Gott, da muss ich wieder einem Convoy hinterher dackeln. Scheiße, scheiße. Oder ich muss eine bestimmte Zeit lang warten. Das könnte auch sein. Naja, egal. Oder in die Stadt gehen. Vielleicht in der Stadt. Ja. Schauen wir beim nächsten Mal, was es an Missionen abzustorben gibt hier. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Musik